Lege Distanz entweder per Luftradtechnik zurück oder indem du mit ausgerüsteter Wasserbändigung Schriftrolle schwimmst. Also ich würde euch empfehlen hier bei diesen Elementschreien zu landen. Hier findet ihr die Luftbändigung. Durch die Luftbändigung könnt ihr das Luftrad einsetzen. Mit dem Luftrad seid ihr schneller unterwegs. Also legt eine Strecke von 1000 Meter mit dem Luftrad zurück und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Ich blende euch hier aber zusätzlich noch eine Karte ein mit allen Elementschreien, wo ihr die Luftbändigung und auch die Wasserbändigung finden könnt.